Giacomo Della Potter war ein italienischer Architekt und Bildhauer. Er war Schüler Michelangelos und der wichtigste Vermittler seiner architektonischen Errungenschaften. Nach 1563 führte Della Potter unter Benutzung der Pläne Michelangelos die Umgestaltung des Kapitolsplatzes mit Konservatoren- und Senatorenpalast. Aus 1573 wurde er nach dem Tode seines Lehrers Giacomo Barozzi da Vignola mit der Bauleitung von Il Gesù der Mutterkirche des Jesuitenordens beauftragt, deren Fassade er dann 1584 nach eigenen Plänen vollendete. Ebenfalls 1573 wurde ihm für ein Jahr die Leitung des Baus der Peterskirche übertragen. Deren Kuppel er zusammen mit Domenico Fontana von 1588 bis 1590 fertigstellte und in Abweichung von den Plänen Michelangelos noch einmal um vier Meter erhöhte. Seine wichtigsten Werke in chronologischer Reihenfolge sind Oratorio Santissimo Crucifiso, Chisa del Gesù, Brunnen am Palaz O'Borgese, Brunnen auf der Piazza Colonna, Entwurfe der kleinen Brunnen auf der Piazza Navona, Entwurf eines Brunnen auf der Piazza della Rotonda, Senatorenpalast auf dem Capitol, Palazzo della Sapienza, Palazzo Capizocchi, Santa Maria al Monti, Santa Tenazio da Igrezi, Entwurfe der Fassade von San Luigi da Francesi, Entwurfe der Fontana delle Tartarocche, Santa Maria Scala Coeli, Palazzo Mariscotti, Palazzo Serlupi, Santa Trinita da Monti, Fontana di Piazza Alimonti, Kuppel des Peters Doms, Brunnen auf der Piazza di Santa Maria in Campitelli, Brunnen gegenüber Santi Venanzio e Ansovino, Fontana della Terina, Palazzo Fani, San Paolo alle Tere Fontane, Fassade von San Nicola in Casa, Palazzo Albertoni Spinola, Via Aldo Brandini in Frascati, Capela Aldo Brandini in Santa Maria Sopramineva. Grazie a tutti.